In einem leeren Haselstrauch, da sitzen drei Spatzen Bauch an Bauch. Der Erich rechts und links der Franz und mittendrin der freche Hans. Sie haben die Augen zu, ganz zu, und obendrüber, da schneit es. Sie rücken zusammen, dicht an dicht, so warm wie der Hans, hat's niemand nicht. Sie hören alle drei ihrer Herzlein gepoch, und wenn sie nicht weg sind, dann sitzen sie noch. Untertitelung des ZDF, 2020